Und damit herzlich willkommen zu einem liebes Universal. Let's Play. Plocken mit dem bösen Chaosjoker. Blu-Grube. Easy Rider. Ich habe es befürchtet. Ah, ja, der Easy Rider Stage. Schon legendär entlockt dieses, dieser Stage. Dies, dieser Stage. Dieses Stage. Der, das. Der Stage. Das Stage. Was auch immer. Ach, ja. Genau, das Motorrad. Oder was auch immer. Oh, und diese Schleusen. Ich hasse sie. Die werden von diesen Viechern angegriffen. Die Granaten sind extrem, äh, merkwürdig und ungenau. Wie ihr unschwer erkennen könnt, es gibt fast keine Möglichkeit, diesen Wiestlein auszuweichen. Zumindest ist es nicht wirklich. Deswegen mag ich den Easy Rider Stage nicht. Okay. Okay. Na, komm. Stirb endlich. Ja, das ist halt Flo-Ei, was mich blockiert. Oh, und jetzt hier die Stelle. Ja. Ich erinnere mich leidlich dran. Oh, lebt. Oh, lebt. Demein. Au. Gott. Oh, Mann. Ah, und die Viecher wieder. Und ich schwör bei Gott, ihr könnt den Viecher nicht ausweichen. Nicht wirklich. Das war dumm. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war doch klar. Ja, komm. Ist doch nicht mehr feierlich. Jetzt mal ernsthaft, wie soll ich denn ausweichen? Ich weiß, dass du da bist. Ich würde sagen, das Leben heben wir uns mal auf, oder? Ich würde es schaffen, da hochzukommen, ohne... Ja. Oh, komm. Boah. Safe State. Spiel, du läckst mich jetzt am Arsch mit deinen Unfairnissen. Kannst hier sonst wohin schieben. Sorry, aber Gegner, denen ich nicht ausweichen kann, von denen ich unweigerlich Energieverlust kriege und sonst was. Ich habe kein Problem mit Challenge, aber das ist scheiße. Noch dazu, wenn ich die Kugeln nie sehe, wenn die auf mich zufliegen, ist das unso fairer. Außerdem machen die Damage unten... Naja, egal. Da kriege ich mich eigentlich auf. Ich kriege das hin. Ach so. Einer weg, Safe State. Das ist auch toll, die Schütze haben eine Reichweite, das ist der Wahnsinn. Das war knapp. Das finde ich auch klasse. Er kann über die Barrikade feiern, ich nicht. Ah. Ist das normal? Puh. Voll. Jetzt komme ich an der Barrikade nicht vorbei. So, ich wette, jetzt kommen mehr Fledermauspiecher. Ah ne, doch nicht. Stattdessen sinnlos Jump. Auch so nicht zu machen. Gut. Okay. Also schön langsam. Oder, naja. Wir versuchen es langsam, aber ich kriege irgendwie einen Schub auf der letzten. Ach komm. Ich hab die Fuck-behinderten-Stacheln nicht mal berührt. Ah. Oh Gott. Ich fühl mich cool, Mann. Mhm. Ich fühl mich gerade deprimiert. Ja, ja, ja. Ablog-Continue. Hm. Super-Bonus. Oh Leute, langsam pfeif ich auf den Super-Bonus. Gibt mir die Kohle und lasst mich in die Uhr. Und was kommt jetzt? Gute Frage. Beantworten wir in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.